Hallo, mein Name ist Sebastian Chartier und ich leite das Geschäftsfeld Hochfrequenz Elektronik hier am Fraunhofer IAF. Das Fraunhofer IAF ist das führende Forschungsinstitut im Bereich der Hochfrequenz Elektronik. Wir bieten Ihnen integrierte Schaltungen und Modulen von 1 bis 600 GHz mit weltweit Spitzenwerten, was Gewinn, Frequenzen und Rauschzahl angeht. Ich bin natürlich sehr stolz darauf zu sagen, dass wir die rauschärmsten Verstärker der Welt entwickeln. Wir erhalten einige Weltrekorde in der ultraschnellen, drahtlosen Datenübertragung. Wir entwickeln auch rasch arme Verstärker für die nächste Generation von WETA-Satelliten der ESA, also Metop SG und auch für den Einsatz im Quantum Computer, was natürlich sehr beendrückend ist. Was ich sehr spannend hier finde, ist, dass wir unter einem Dach die ganze Entwicklungskette decken. Wir sind praktisch ein One-Stop-Shop für die Hochfrequenz Elektronik. Wir starten mit dem Design und Entwurf von integrierten Schaltungen zu unseren MMICs. Da geht es im Rheinraum. Wir prozessieren auf 4 Zoll Gelmasonid-Wafor. Diese Verbindungsableiter sind gerade für Hochleistung und Bauelemente sehr gut geeignet. Für die Messung haben wir eine top ausgestattete Messtechnik. Hier vermessen wir nicht nur unsere eigenen Entwicklungen. Wir bieten auch sogar Messungen für Kunden an. Gerne entwickeln wir auch zusammen mit unseren Kundenchips nach ihren Spezifikationen. Bis zu einer kleinen Stückzahl können wir diese auch für sie fertigen. Wir entwickeln auch Modulen, unter anderem für Kommunikation und Radar. In der Kommunikation nutzen wir Frequenzen bis 300 GHz. Ein großer Vorteil davon ist, dass man enorm und schnell große Datenmengen übertragen kann und das ohne Latenz. Das ist höchst wichtig für Industrie 4.0 und 6G Mobilfunk. Unsere Radarsensoren zeichnen sich durch eine große Bandbreite und damit eine hohe Leistungsfähigkeit aus. Sie sind sehr klein und leicht und trotzdem sehr robust. Unsere Systeme, unsere Sensoren durchringen die meisten Materialien im Gegensatz zu optischen Systemen. Das ist also perfekt für die sichere Mensch-Roboter-Kollaboration oder für die zerstörungsfreie Materialprüfung. Wir sind immer auf der Suche nach neuen Partnern, mit denen wir unsere Forschung vorantreiben können. Also wenn Sie Ideen haben, wie wir sie mit unserer Hochfrequenztechnologie unterstützen können, melden Sie sich einfach bei uns. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage. Bis zum nächsten Mal.